Herzlich Willkommen zurück! Jo, weiter geht's. Hello! Hello! In der City der Untoten. Es ist Party in der Stadt. Ja, hier ist es wie Raver-Party. Bloß ohne Rave. Wenn die so viel zappeln, hat natürlich auch was. Zack! Die lassen so gar nicht mal so schlechte Waffen fallen. Hm. So, okay. Es regnet. Die Frage ist jetzt nur... Komm, wir machen mal jetzt die Haupt-Quest hier. Die Haupt-Quest. Der Haupt-Quest. The Main-Mission. Oder Main-Quest. Okay, ich folge einfach den Punkten. Ah, ja. Hä? Bei mir geht's hier lang. Echt? Bei mir zeigt's noch rechts. Rechts. Kleber. Klaus, ich hab Klaus lag in der Mülltonne. Ries-Snack? Boah. Seine Freundin war nicht dabei. Die Gundula. Gundula-Kausel. Ach. Äh. Irgendwas klingt komisch. Oh, was ist denn das hier? Öffnen. Ach du Gott, das passt. Hau doch ab! Der Schnetzel. Ah. Adrenalin. Okay, wir müssen hier... Geradeaus. Ach, wir müssen hier rein. Hallo? Der steht doch bestimmt gleich auf hier, oder? Fällt das eigentlich an? Hey. Jetzt nicht mehr. Ich hab ein ganz dummes Gefühl hier drin. Ich hab hier noch ne Taschenlamide dabei. Dass hier irgendwie links oder rechts irgendwas steht und mich gleich anfällt. Ach. Oh. 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 Oh, ich kann ja nie... Ich kann ja nie... Ich kann ja nie... Ich kann ja nie solche Horror... Horror Spiele machen. Oh. 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 Ich würde... ich würde kaputt gehen wahrscheinlich. Ja. Disco. Flashlight. Wir müssen hier rechts lang. Okay. Hey, was ist denn das? Warte mal, ich brauche erstmal ne ordentliche Waffe hier. Das gibt's doch nicht, ja. Kommt wir dann wieder hier hoch, ja. Das, das, das und das? Glutung? Hi, was ist denn hier passiert? Warte mal, jetzt... Was ist denn meine elektrische... Oh, hier ist alles abgesperrt. Australian Biologic Institute. Oh, was bist denn du? Jetzt könnte ich den mal an den Kopf werfen. Das denn hier. Was ist denn mit dem? Wer ist denn das? Kennst du den? Ne, ist mir an sich nicht bekannt. Boah. Sind wir überhaupt richtig? Aha, jetzt komme ich hier der ganzen Sache auf die Spur. Auf der Spur. Okay, wir müssen auf jeden Fall weiter. Jetzt haben irgendwelche Experimente stattgefunden, oder? Geher. Das ist geil mit dem Elektroteil hier. Lightning. Das ist cool. Das gefällt mir nicht. Ne, also auf der Insel war es schöner. Mhm. Aber so Recyclingtechnisch hatten die ja auch nichts, oder? Ich hab mir Klammer genommen. Immerhin haben sie alle... Oh, mein Gott. Wetterjacken haben sie alle an. Wetterjacken. Wetterjacken. Wäre das denn die krank wären. Boah. Das geht ja ab. Meine Waffe ist kaputt. Scheiße, muss ich das Beil nehmen. Energy Drink? Das ist schon mal gut, dass die sowas auch bei sich haben. Geld? Geld sind wir gut. Mülltonne? So, halt. Ach doch, hier müssen wir lang. Gibt's hier in der Karre noch irgendwas? Nö, ne? Ist hier was zum Heilen drin, ja? Oh, ein Snack. Ich will doch eigentlich die Coke. Oh, Lebensaufstieg. Sehr schön. Das machen wir denn eh in der Pause dann. Mhm. Da kann ich mir jetzt mal was Neues aussuchen. Dietrich, hab ich ja nun geskillt. Bis Stufe 3. Kann ich jetzt Schlösser öffnen? Ich muss sagen, ich bin hier ein bisschen grad beunruhigt. So, die Stimmung ist grad ein bisschen... Die Stimmung ist bedrückend. Ja. Irgendwie. Man ist auch vorsichtiger jetzt irgendwie unterwegs hier. Ohne Magnum. In der Sonne und am Strand ist Schnetzeln viel entspannter. Ich hab ein Magnum gefunden. Ich hätte gern eins mit Mandel. Mandellen. Mandelas. Mit Mandelas? Mittelmäßischer Revolver. Ich lass das Ding mal fallen hier. Hast du mitgenommen? Hm? Achso. Ne, ne behalte ruhig. Ne, ne behalte ruhig. Ne, ne, ne. Ich hab schon, ich hab schon Zwickern. Na, ich auch. Aber das... Ist jetzt nicht so wild. Wir werden wahrscheinlich schon noch genug Waffen finden, ja? Ich stinkau. Schnetzel. 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 Kenn ich nicht. Äh, da ist so ein Selbstdingenszerstörer hier. So ein... Ne, hier so ein mehrköpfiges, elendes Engeltreil. Die musst du auch was an den Kopf werfen. Ich hab nichts zu werfen. Kommt der? Was? Matsch. Er kam. Gut. Die Marieta ist doch kaputt, Mensch. Warum nimmt denn der die wieder auf? Ich nehm das Ding jetzt hier halt. Scheiße. Ich brauch' ich mal was zum Heilen. Der lag doch die ganze Zeit auch... Was bist denn du hier? Guck mal. Hier ist einer. Gaia, was? Wie ist er? Handeln. Och ne, freilich. Hinter mir rennen Zombies rum und ich kann hier... Ich heil... äh, ich heil erstmal mit dem Morgenstern. Einen guten Morgenstern. Ne Granate? Für 600 soll ich mal ne Granate mitnehmen? Mhm. Ist doch schön, wenn er ein bisschen Munition hätte. Kein Platz frei. Verkauf' ich halt irgendwas. Den exotischen Streitkolben, den kann ich mal... ...verkaufen. Mittelmäßischer Magnum? Mhm. Gewöhnlicher Stock kann weg. Ja, das müssen wir jetzt hier mal fix machen hier. Weil sonst... Ich spiel' ja gar keiner mehr durch. Verformter Revolver-Moletov. Mhm. Ich will dir nichts haben, was der hat. Standardmäßiges Fleisch am Messer. Das ist das, was ich grad benutze. Ne, das... das benutze ich gerade. Das ist doch... Ach komm, weg damit. Was macht der dort? Weg. Messer? Messer ist eh... eh Mist. Ja, das hab ich eben auch dem angedreht. Streitkolben hau' ich auch weg. Das Ding behalte ich? Der hat doch... der hat doch hier Knarren liegen? Huch. Ähm... Wo war'n das jetzt? Der hat doch... kaufen? Das hat das gar nicht mehr. Hä? Der hat doch ne Granate gehabt. Zurück kaufen? Hm. Hm. So du die Granate nicht mehr... ...wenn du ein Mist. Ach, hier liegen Granaten, Waffen rum... Ne, ja eben, deswegen versteh' ich jetzt nie, warum... Warum nicht? Nö, wir sollen nicht, wir dürfen nicht. So jetzt... Bist du bereit? Ach, hier bist du schon. Ja, da... Wer guckt sich gerade das Poster an? Schnetzel... Weg mit dir! Ich nehm' auch... Hier ist ne Werkbank! Ah, wie praktisch! Okay, Werkbank? Ne, krieg' ich nichts. Werkbank? Werkbank ist wichtig. Ja, reparieren. Hm. Ach, jetzt kann ich wieder meine... ...mein Elektro... ...mein Lightning... ...mein Lightning Sword. ...mein Elektro... ...mein Elektro... ...flexibler Schrauch... ...Schrauch... ...Wer? ...hinten... ...blitzen Zahlen auf! Ach, Shopcocking... Ach, Shopcocking... ...was ist das denn hier für ein Mist? Was wird da oben lang? ...flutung... ...flutung... ...eigenbauer Maräte... ...eigenbauer Maräte... ...wie geht's denn hier weiter? ...das ist mein Elektro... ...ach ja... ...einfach dem Geruch nach... ...oh, hier... ...oh, was... ...was ist hier los? ...Polizeiwache? ...Polizeiwache klingt gut, ...klingt nach Waffen. Die Bitches! Die Bitches! Fuck you Bitches! Fuck you Bitches! Fuck you Bitches! Achtung, Achtung! Da nimmst du Schaden! Jetzt kommen die alle hier! Boah, ich treff den nicht! Sie sind tot? Gut! Das ist schon geil mit diesem... ...mit dem Elektro-Zeugs! Finde ich cool! So... ...DHL ist auch schon da! Do not cross! ...upperpobliche Barrikaden hier! Vor allem kannst du drum rumlaufen! Das ist falsch! Ich glaube wir müssen hier links... Wir müssen links! Ja, wir gehen auch da links! Ja... Das ist... Das hieß das! Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir irgendwelche hinter diesen... ...Barrikaden stehen und dann drauf lauern! Öffne Dietrich Stufe 1, habe ich! Nice! Zuverlässiger, knallharter Messingschlag-Ring! Äh, stinker! Yeah! Ja, wir müssen aber durch die Dings durch! Oh, Cash! Herausforderung beendet Schocker! Das ist gut! Äh, hier lang! WAH! Zurück! WAH! Was? Was? Das brauche ich auch mal zum Heilen! Ganz dringend! Warte mal, vielleicht habe ich noch was einstecken! Halt! Hä, jetzt habe ich so einen blöden Stock! Hä? Wo ist denn meine Waffe hin? Ich habe noch... Ich habe noch... Ich habe Seife, da kannst du... Schmerztabletten! Aber ich glaube, die haben keine heilende Wirkung! Das machen wir jetzt mal so! Schmerztabletten! Ich weiß nicht, ob ich mich mit irgendwas hier heilen kann! Naja! Naja! Da solltest du denn so ein Medi-Kit kaufen bei dem... Ach, na freilich! Ich habe doch so ein Medi-Kit! Naja, dann... Warum benutzt du es denn nicht? Irgendwo? War ich der Meinung? Kann ich da mit H drücken? Nee, wie war das? Hä? Ich habe doch einen Medi-Kit gehabt! Hier lang? Ach, hier lang! Ah, ich werde schon gleich irgendwas finden, wo ich mich heilen kann! Sah gut aus! Ach nee, oder? Was denn jetzt? Oh, das kann ich mehr! Hinter dir, hinter dir! Was bringt überhaupt, dass du den... ...denen... ...den Kopf schießt? Das bringt ja immer absolut nichts! Boah! Denn lieber... ...auf Entfernung irgendwie... So! Wir müssen jetzt... Ah! Oh, da heißt... Das Ding mal mitnehmen hier! Oh! Ist das gehört? Oh, eine! Dahinter gehen wir nicht! Hier ist ein Snack und so ein Kram! Du brauchst das doch, oder? Ja! Da kann ich nicht mehr da hin! Da kann ich nicht mehr da hin! Ha! Alles will mich reinspulen! Aber wenn du das Ding wegberufst, hast du automatisch die Pistole in der Hand, ne? Ja! Ha! 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 Schlitz! Komm schon, den nächsten! Alter, was ist denn das für eine kranke City? Oh! Oh! Hier ist ein Taliban! Was? Ein Tannenbaum? Wir fahren mit der Taliban! Hahaha! Und das Talien ab! So! Oh! Jetzt wird was zum Heilen! Heilen, heilen! Heili, heili machen! Boah! Was ist denn mit der? Die geht hier voll völlig ab! Was? Und wenn ihr da machen wollt... Jetzt wird der lang, hier lang... Da hinten sind da irgendwelche... Müssen wir... Bei der müssen wir doch gar nicht hin, oder? Nee, aber die kommen wahrscheinlich gleich mal zugerannt! Öh. Öh! Öh! Oh, was geht denn hier ab, ey? Alter! Hatte ich mir sein Messer entgegen geworfen, blöde Sau! Ich habe mich gerade geheilt. Jetzt habe ich ein hässliches Messer aufgenommen. Das wollte ich gar nicht. Das hört überhaupt nicht auf hier. Hier eine mit Rock. Die rockt. Die rockt. Und die nächsten. Noch einer mit B-Jagg oder was? Das sind die richtigen. Gleich mal schlitzen. Äh, warte, halt hier. Oh ja. Na, was macht er denn? Ich triff's gar nicht. Mit Geld? Haben gegen das Auto. Matsch. Boah, ich glaube, hier kriegen wir bestimmt noch Übst auf die Fresse. Wir sind gerade angesprungen. Das ist eine Rechtswahl, oder? Ich habe es gewusst. Das erinnert mich irgendwie an was. An was? Brücke, Autos, Zombies. Ah, sieht aber auch geil aus hier. Drinnen gibt's Snacks. Huch. Hier brauchst du einen Dietrich-Stufe 1. Ja, ich komme. Hier gibt's Snacks. Dietrich. Dietrich. Ich bin da. Schaden anrichten, der Stock. Machen sie das nie alle? Das geht. Huch. Wir müssen gar nicht hier lang. Warum läufst du dann hier lang? Ich bin ja gefolgt. Hä? Glietsch, Glietsch. Ich schwöre doch was. Wir sind hier rechts. Also hier durch die Gasse. Ja, immer dort lang, wo es schön eng ist. Natürlich. Ich meine, wo wir nie... Hä? Oh, oh, oh. Bist du dumm? Das schießt er auf mich hier oben? Wo ist denn der? Auf dem Dach. Auf dem Dach? Ich habe nur noch einen Schuss. Echt? Ich habe ja... Pank, Stufe 20. Das stirbt wenigstens mit dem Kopfschuss. Ich habe ihn gar nicht getroffen. Aber ich habe noch meinen verformten Revolver. Und dann müsste ich ja noch Munition haben. Sechs Schuss. Ja, Wahnsinn. Bleib ich doch mal lieber wieder bei meinem... Ach, das Ding ist auch schon wieder kaputt. Ich habe jetzt hier eine normale Maräte. Ich glaube, die, die mir vor uns mal gegeben... Oh, halt. Wo? Bringe die Pumpstation in deine Kontrolle. Oh. Alter. Alter. Achtung. Ich habe noch eine schöne Brume dabei gehabt. Okay. Hier ist noch was zum Heilen, ja. Mhm. Hier nimm du mal die Waffe auf. Zwecks Munition. Weil ich habe nämlich die andere. Okay, wo geht es denn hier lang? Aber zapp ich ja... Hm. Hier rein müssen wir. Guck mal hier rein. Hör, ich mach mal fix die Tür zu. Die schießen nämlich über uns. So. Kontrollraum. Wir befinden uns in der Pumpstation. Und werden die jetzt unter unsere Kontrolle bringen. Natürlich schnetzeln wir drinnen alles nieder. Das aber dann in der nächsten Folge. Und bis dahin. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.